Dann schickt mir aber einen Clip. Einen Clip? Ja. Einen privaten, oder? Ah, Junge. Ah, warte, ich muss nass sein. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich spring nochmal unter Wasser. Die Glücksspielsucht muss befriedigt werden. AFK-Futtern, ja, nee, wirklich. Wurdenhunger. Gib mal zwei Tiefen-Schiefers-Maragterz und ein Steak-Normales-Diererz. Digga, willst du mich eigentlich verarschen? Die ganze Kiste ist voll von 100k und ich bekomme den 51k-Block, der da drin ist. Den 51k-Block. Na, das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Du möchtest mit Go-Brush arbeiten? Ich zeige dir die. Bitte nicht. So, los geht's. Luckybox schwarz. Bitte gib mir keinen Scheiß. Manui, was ist los, Ultraluka? Was gibt's? Ich bin schon wieder mit Felde in einem Team. Geil. Felde, ist das jetzt dein Ernst? Alter. Oh, da wurde der Portals gekickt. Ey, ich würde sagen, das passt sogar perfekt zur Situation. Tell me why. Warum wurde ich gerade vom Portalraum gekickt wegen Inaktivität? Ich habe mich die ganze Zeit hin und her bewegt. Bullstream schaue ich nur in der Arbeit. Ich mache auch selbst Bullstreams, aber natürlich auf andere Plattformen, dass ihr sie nicht mitkriegt, gell? Vielleicht sogar während der Arbeitszeit. Wer weiß. Bitte zensieren. Nein. Ey. Oh, ich höre ihn direkt bei mir. Wenn ich jetzt hier irgendwo runterfalle. Nicht! Okay. Enter mal wieder auf die coole Szene. Oh, sorry. Ah, sorry. Du wolltest, dass ich auf die coole Szene wechsel. Nulli, danke dir wieder mal für deinen Raid. Ist ja unfassbar. Ist ja unfassbar, dass du mich immer raidest. Wo ich doch extra gucke, wann du streamst und im Anschluss streame. Kapi? Paxo. Ja. Warum hast du mich geangelt? Ah. So ist es. Oh. Fuck, fuck, fuck. Ah, scheiße. Ich setz Kleber. Ach, ach, äh. Wir haben unseren ersten Klimakleber. Oh nein. Oh nein. Warte. Soll ich hier mit Wasserwerfer kommen? Oh, fuck. Wir machen mit bei der Rettung der Erde. Jojo, was habt ihr schon das gemacht? Erzählt. Geht dich gar nichts an. Jo, man. Gefickt, Alter. Hopps genommen. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Asihdof Ich bin Unless so bescheuert Wenn meine Frau ned dreht den Chan Street Hoops Michael Mann mital Sog wir machen eine kurze Umfrage Wer soll den YouTuber-Rang verlieren, so? Schalt den Namen in den Chat. Wissigkeit ertraut, er ist so, ne? Geil. Wir können auch die Frage umdrehen, Teddy. Wie sieht's aus? Wer soll denn den YouTuber-Rang verlieren? Toll, ich sitz unter dir. Ja, die Wirtschaft ist am Boden, es ist so viel Geld im Umlauf. Jetzt sagst du mir... Oh, Spitzhacke! Ich hab ne halbe Mio gesagt. Egal. Ne, du hast ne Mio gesagt. Ich hab ne halbe Mio gesagt. Du hast ne Mio gesagt. Ich guck jetzt den Clip an. Ne, weißt du was? Den steck ich dir jetzt rein. Oh, oh, wow. Was? Ey, der ist geflogen. Natürlich gibt's den Präfix auch noch dazu, natürlich. Gottes Willen. Es ist schön, wenn er so ruhig ist, wenn er nix sagt. Ja, so mag ich ihn. Ich hab ein dickes Rohr. Aber das Problem ist, ich hab unten ne lange Stange. Du hast jetzt Spieler, die sind, keine Ahnung, die fangen an. Die haben vor vier Jahren gespielt, waren 14, die sind jetzt 18. Die machen andere Sachen, das ist so. Teddybär ist gefangen, spielt seit 16 und ist 20. Achso, du suchst die 10. Alpha? Hm? Geht's dir noch gut? Ne, schon lange nicht mehr. Dicks! Ich hau dich kaputt, du. Wie kannst du es wagen, dich zu erschrecken? Oh Gott, jetzt werd ich eh fliegen. Wo mein Ziel schon richtig trefft genau. Nö. Es gibt ne Anzahl. Sechs Stück haben wir bekommen, dann gehen wir mal zum Bot. Ich hab die gar nicht mitgenommen. Boah, aber so langsam merk ich schon, dass ich lange streamen, muss ich sagen. Das ist ja, wir arbeiten. Untertitelung des ZDF, 2020